Hallöchen und Fink, und zwar gibt es jetzt einen Rainbow Six Siege Stream, einfach spontan, wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei, so ein bisschen Late Night hier am Freudach Ja, Twitch.fm durch Early Boys geht jetzt los, ich starte gerade das Spiel und es geht direkt los, keine Vorwartezeit oder so, sondern direkt haben wir rin, schaut vorbei